Grüezi miteinander. Mein Name ist Nils Wohgramm, ich bin Jazz-Posanist und Komponist und fahre mit meiner Posaune und meistens mit meinen Bands durch die Gegend, führe dort Konzerte auf in Jazz-Clubs, Jazz-Festivals und meine Musik zeichnet sich glaube ich dadurch aus, dass sie einerseits stark beeinflusst ist durch die Jazz-Tradition der 50er und 60er Jahre, andererseits aber auch viele Einflüsse, aktuelle Einflüsse aus der E- und U-Musik mit benutzt. Ich unterrichte außerdem an der HSLU, der Musikhochschule Luzern und lebe seit vielen Jahren mit meiner Frau und unseren drei Kindern in Mennedorf am Zürichsee. Musik 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 Das war's. Das war's. Das war's.